Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber seit der neuen Season können wir bei Sean Horn im Kosmodrom uns einfach so eine Exowaffe abholen. Und diese Exowaffe ist ein Klassiker und vor allen Dingen auch seit kurzer Zeit finde ich ein Must-Have. Ja, wie ihr richtig gesehen habt, das ist die Traktorkanone und jetzt denken sich wahrscheinlich einige, öh, was will ich denn mit dem Kack-Ding? Nee, wenn man das richtig anstellt, kann man im Raid-Team damit sogar den meisten DPS raushauen. Aber dazu mache ich auf jeden Fall noch ein separates Video. Zuerst mit dem Hunter, dann mit dem Titan und dann mit dem Warlock. Denn wenn man es wirklich richtig spielen kann, unterstützt man nicht nur sein Team mit erhöhtem Damage, sondern man hat selber keinen großen Nachteil davon und könnte damit sogar die Göttlichkeit ersetzen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Lasst ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao! Ciao, ciao!